Hallo Freunde und willkommen zu einem Video, das mir wahnsinnig schwer fällt, wovor ich mich jetzt schon sehr lange drücke. Aber es muss gemacht werden. Und zwar habe ich das ja schon ein oder zwei Mal nebenbei angekündigt gehabt. Wird nach Let's Go Evoli und Skyward Sword dieser Kanal hier tot sein. Ich werde nicht komplett aufhören mit Videos. Ich habe da schon was im Hinterkopf von wegen editiertes Gameplay und geskriptetes Gameplay, kurz Videos und so. Sowas, wo dann halt so ein, zwei Videos die Woche kommen und keine 14, wie es meine Ansprüche an einen Let's Play Kanal sind. Was für mich nicht machbar ist. Ich werde versuchen in nächster Zeit ein bisschen mehr zu streamen. Das werde ich sowohl noch auf dem Kanal hier machen, als auch auf Twitch. Meinen Twitch Link packe ich euch mal in die Beschreibung. Ja und dann, ähm, wird, ich werde diesen Kanal so lassen, wie er ist. Das heißt, ich werde auf einem neuen Kanal da meine Videos machen. Ich werde meine Let's Plays logischerweise alle öffentlich lassen. Aber dann wird hier auf dem Kanal nichts mehr kommen. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt über die Zeit hinweg, vielleicht teilweise, abschnittweise, vielleicht von Anfang an dabei waren. Ich hoffe, dass der ein oder andere dann noch mitkommt auf meinen neuen Kanal, vielleicht auch mal im Stream vorbeischaut. Es würde mich wahnsinnig freuen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Dabeisein. Für alle, die jetzt bis zum Schluss hier dabei waren. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Bis dahin. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder.